Herzlich Willkommen zu Jagdmister X zur Mathematik-Olympiade 2020-21, zweite Stufe, Klasse 3. Vervollständige die folgende Zahlenmauer der Addition. Gib vier verschiedene Lösungen an. Solltet ihr diese Aufgabe noch nicht gelöst haben, dann haltet bitte zunächst das Video an und wir sehen und hören uns gleich wieder. Ihr wisst schon, wenn wir diese Zahl berechnen wollen, dann müssen wir diese beiden unteren Zahlen addieren. Wir müssen also diese Zahl plus diese Zahl berechnen. Und wenn wir diese Zahl berechnen wollen, dann müssen wir diese Zahl plus diese Zahl berechnen. Und ihr seht auch, dass die 10 doppelt in die Rechnung eingeht. Also die mittlere Zahl, die geht immer doppelt in die Rechnung ein. Und nun könnten wir auf folgende Idee kommen. Wenn wir von der Zahl, die in der Spitze steht, das Doppelte der mittleren Zahl abziehen, dann müsste die Summe der Eckzahlen übrig bleiben. Und genau das, das wollen wir jetzt einmal tun. Also berechnen wir zunächst das Doppelte der mittleren Zahl, also 10 mal 2. Das ergibt 20. Und diese 20 müssen wir von der Zahl in der Spitze subtrahieren. Also 28 minus 20 rechnen. Wir erhalten 8. Und 8 ist jetzt die Summe der Eckzahlen. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Lösung finden wollen, dann müssen wir einfach überlegen, wie können wir 8 als Summe zweier Zahlen darstellen. Beispielsweise könnten wir sagen, 8 ergibt 0 plus 8. Und dann tragen wir einfach mal in das linke Feld eine 0 ein und in das rechte Feld eine 8. Jetzt können wir mal die anderen Felder ausrechnen. 0 plus 10, das ergibt 10. Und 10 plus 8 ergibt 18. Und 10 plus 18 ergibt tatsächlich 28. Ihr seht also, unser Trick, der klappt. So, jetzt sollen wir noch drei weitere Lösungen finden. Und wir müssen jeweils wieder überlegen, wie können wir 8 als Summe zweier Zahlen darstellen. Wir könnten beispielsweise auf die Idee kommen, 8 ist ja auch 1 plus 7. Also tragen wir mal eine 1 und eine 7 ein. Dann erhalten wir 1 plus 10, 11. Und 10 plus 7, 17. Und 11 plus 17 ergibt auch wieder 28. Dann nehmen wir vielleicht mal noch 2 und 6. Denn 2 plus 6 ergibt ebenfalls 8. 2 plus 10, das sind 12. Und 10 plus 6, das sind 16. Und 12 plus 16 ergibt wieder 28. Und dann noch eine Möglichkeit, vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal umgekehrt. Also 6 plus 2. Und dann haben wir 6 plus 10, das ergibt 16. Und 10 plus 2, das sind 12. Und 16 plus 12 ergibt 28. So, und dann kommen wir schon zum Aufgabenteil B. Für die Zahlenmauer gibt es wie viele verschiedene Lösungen. Wir haben jetzt schon gesagt, dass die Summe der Eckzahlen 8 ergeben muss. Und wenn wir alle Lösungen finden wollen, dann müssen wir alle Möglichkeiten finden, wie wir 8 als Summe zweier Zahlen darstellen können. Einige Möglichkeiten haben wir hier oben schon gefunden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir systematisch vorgehen, damit wir wirklich keine Möglichkeit vergessen. Also sagen wir, 8 ergibt sich aus 0 plus 8. Und wenn wir systematisch vorgehen, dann müssen wir jetzt links 1 erhöhen. Also 1 und dann plus 7 ergibt 8. Und so machen wir weiter. 2 plus 6 ergibt 8. Und 3 plus 5 ergibt 8. Und so weiter. Bis wir schließlich dann bei 7 plus 1 und 8 plus 0 ankommen. Und wie viele Möglichkeiten sind das jetzt? Wir haben von 1 bis 8 und noch die 0 dazu. Also sind es nicht 8, sondern 9 verschiedene Lösungen, die es für diese Zahlenmauer gibt. Einige von euch haben in der Klausur geschrieben, dass es 5 verschiedene Lösungen gibt. Was meint ihr, könnte 5 auch richtig sein? Oder anders gefragt, was haben sich die Schüler gedacht, die 5 als Lösung angegeben haben? Die Schüler haben sich Folgendes gedacht. Und zwar haben sie gesagt, dass beispielsweise 1 und 7 und 7 und 1 die gleiche Lösung ist. Also wenn ich sozusagen die Eckzahlen vertausche, dann ergibt das keine neue Lösung. Und wenn man so denkt, dann ist das auch richtig geschlussfolgert, weil dann tatsächlich 4 Lösungen wegfallen. Und wenn 4 Lösungen wegfallen, dann gibt es nur noch 5 verschiedene Lösungen.